Die erfolgreiche Arbeit in Entwicklung und Fertigung von Schienfahrzeugen bzw. Ruhkomponenten haben Kunden veranlasst, uns komplette Entwicklungs- und Fertigungsaufträge zu übergeben. Von Alstom hat die Fahrzeugtechnik Dessau einen Auftrag zur Entwicklung und Fertigung eines Regionalfahrzeuges Direx als Prototyp in dieser elektrische Ausführung erhalten. Die Entwicklung der komplexen Antriebsanlage im Dachanordnung sowie des Rohbaus mit Einsatz sehr breiter Schwenkschiebetüren mit Schiebetritten und die Fertigung des kompletten Fahrzeuges erfolgt in der Fahrzeugtechnik Dessau. Für die H-Bahn-Gesellschaft Dortmund-MbH hat die Fahrzeugtechnik Dessau ein Fahrzeug in Adminium-Bauweise und dessen Antrieb gebaut. Das System ist unter dem Namen Piepel-Mover bekannt. Für die Deutsche Bahn und andere Güterwagenbetreiber hat die Fahrzeugtechnik Dessau eine Reihe von verschiedenen Güterwagen entwickelt und gebaut. Unter anderem ein Planhaubenwagen mit Langrubstoßdämpfer zur Schonung des Ladegutes, Containertragwagen, Spreizhaubenwagen und Muldenkippwagen.